Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Gustl. Ihr habt mich sicherlich schon mal gesehen auf dem Kanal. Ich bin praktisch die Urlaubsvertretung vom Dumpapla, wenn der halt im Urlaub, wenn er weg ist. Und ja, gestern habe ich meine Spielkameraden eingeladen und da haben sie gesagt, Henning, Henning, hör mal zu, Henning, Henning, die nennen mich oft Henning, weil das ist die Abkürzung für Gustl. Aber ich heiße Gustl, also ich bin Gebürtiger, ich heiße Gustl. Ja, da haben sie gesagt, Henning, hör mal zu, mach mal was. Und da habe ich gesagt, ach, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch jetzt, ich habe schon Bier getrunken, ich kann nicht mehr Auto fahren. Und dann habe ich gesagt, ne, mach mal was am Computer. Und dann habe ich gesagt, komm, computer, ja, spiel doch mal was. Und ich habe gesagt, okay, gut, ich spiel mal was. Und dann habe ich gefragt, was soll ich denn spielen? Und ich meinte, ja, Mensch, mach doch mal der Vorricht. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Das ist ein Spiel, das macht Spaß. Und ich habe gesagt, okay, okay, mache ich. Gib mir mal ein Diskett von dem Spiel. Und dann habe ich gesagt, das ist das, ob das Diskett ist, muss ich runterladen. Aber ich habe meinen Modem eingesteckt und habe das nur noch gelohnt. Hat halt eine Woche gedauert. Und dann, jetzt pass auf, ich habe es. Ich habe mir halt folgendes gedacht, folgendes war meine Überlegung, ich dachte mir, ich kann ja eh, ich habe lange Zeit Gameboy gespielt, Pokémon. Und da dachte ich mir, ich kann natürlich jetzt jedes, ich kann jetzt alle Spiele spielen, die sind ja alle gleich. Die unterscheiden sich ja nicht. Das ist ja, das ist ja nicht wie, das ist ja wie bei Tag und Nacht mit dem Spielen, wisch? Beim Tag kann ich ja auch in den Raum gehen, der dunkel ist und verstehe ich in der Dunkelheit, wisch? Also von daher ist es ja genau dasselbe. Also ohne weiter rumschweifen. Ich habe mich jetzt habe einfach, ich mache jetzt, ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe schon ein bisschen Muppes aus, weil ich habe gehört, das ist halt, soll halt schon ziemlich, das soll was sein, wo man halt was machen kann. Ich bin aber, ich bin natürlich nicht schreckhaft. Ich habe Nerven wie irgendwas, ich habe gute Nerven. Ich habe mal Tetris gespielt, deswegen denke ich, es gibt kein Problem. So, es fängt an, lass mich gerade mal gucken. Ach, das ist Englisch da. Press Space, das Skip. Was ist denn das da? Ein Kind. Ach Gott, um was zu essen, Mensch. Die Grafik ist jetzt nicht so verrauschend, da habe ich bei Pokémon schon ein besseres gesehen. Was ist denn das Skip da? Ich will ja nicht. Ah, oh Gott. Mein Nerven, ich habe zum Glück so starke Nerven. Lass mich jetzt gerade mal gucken da. Aha. Ach Gott, ach Gott, was ist denn mit mir passiert da? Ich habe, ist das Nutella da oder? Das ist doch rot. Lass mich gerade mal da gucken, gell. Was ist denn das da auf dem Boden? Low Energy. Eat something. Okay, geht's zum Rest. Das ist doch, was ist denn das da? Was kann ich denn da machen? Wo ist denn da eh? Aha, gut. Ich nehme hier gerade Sachen. Ich habe was collected. Ich hebe das alles mal auf, das wird später im Spiel sicherlich, ist das wichtig. Ich habe eine Stär aufgekommen im Flugzeug. Guck mal da. Ich habe, kann ich damit? Ach Gott, ich habe ihn fortgeschmissen. Ach Gott, ich hoffe, man kann nochmal so einen Stär finden hier in dem Spiel. Was habe ich denn da in der Hand? Was ist denn das da? Hä? Hä? Das ist doch so ein Smartphone oder so. 37 Grad Celsius. Oh, das ist doch ein schönes, schönes Lüftchen da, oder? Ich bin jetzt schon neun Schritte, bin ich gelaufen. Das ist natürlich schon beträchtlich. Ich zähle nicht sogar. Den Rest kann ich nicht lesen. Mein Brill ist zu stark. Ich kann das nicht richtig erkennen da. Das ist eh schmarrn. Ich muss mir mein Auge mal lesen. Oh Gott, das ist denn mit der Frau passiert da. Kann ich die irgendwie retten noch? Vor allem kann ich das vielleicht entfernen da, diese Axt. Oh Gott, die Hände. Die Hände. Hast du gesehen? Kannst du da ihre Hände sehen? Guck mal. Okay, aber gut, weiter geht's. Was ist denn da mit der Hand? Wo ist denn da? Das ist aber, das habe ich aber nicht, damit habe ich aber nicht gerechnet. Das spricht gar nicht für das Spiel so was. Da war noch ein Nudelgelegen. Was ist denn das Kind hier, was ich da gehabt habe vorhin? Wo ist denn das? Was ist denn das? Cola da ist. Guck mal da. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn da? Oh. Guck mal da. Kann ich irgendwas machen? Mit, mit B. Was macht denn B? Ach guck mal da. Content. Introduction. Basics of survival. Ein Schilder soll ich bauen. Mensch, kann ich nicht einfach Unerschlupf sagen, da die Idiote. Die Männer auch gerade. Ich werde ja Englisch König, glaube ich. Muss ich jetzt aus dem, aus dem Ding da raus aus dem Flugzeug? Ich will eigentlich nicht rausgehen. Das ist mehr, das ist mehr zu, die Luft ist zu frisch und ja, ich gehe halt raus, Mensch. Diese actiongeladene Folge ist nun vorbei. Was wird als nächstes passieren? Wird Gustl wirklich das Flugzeug verlassen? Wird ihm sein Pokémon-Wissen zur Seite stehen und wird ihm seine Mutter noch einen Kaba bringen? Dies und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge Gustl allein im Wald.